Guten Abend, ich kann keine Schlager singen, aber ein paar Pris-Schlager, das kann ich angeben. Ein Kilo grillfertiges Boulet von Goldstar kostet morgen bei GOP nur 84. Und alle GOP Dessert-Gräme im 500 Gramm Becher sind 50 Rappen günstiger. Ein feines Quick-Nüssli bekommen Sie per Kilo für nur 21 Franken. Diese echten Landfall-Husschuhe mit Lädensohlen offeriert Ihnen GOP ausserdem für unglaubliche 1990. Es kommt noch besser, bis zu 10'000 Franken gewinnen kann man im Marketquiz von GOP. Heute zum Beispiel muss man herausfinden, wie die aufbauende Nachtcreme heisst, die bei regelmässiger Anwendung die Haut frisch und jugendlich erhaltet. Also, bis morgen GOP!